Dorf. Da müssen wir ja schon einige Sachen abhaken können jetzt eigentlich. Das ging ja schnell. Ich war mir gar nicht so sicher, ob in den Beutentaschen wirklich diese Sachen auch drin sind, die man eigentlich, äh, ja, farmen muss. Aber, wenn's so ist, dann ist es so. So. Ja, das Lager füllt sich jetzt natürlich. Warte mal, der eine... Wo hatte der denn jetzt seine Höhle gehabt hier, den wir gefangen genommen haben? Ach da. Da leuchtet er einfach mal aus der Höhle. Ich glaube, den Nordton brauchen wir für den. Den haben wir ja jetzt, ne? Alter, guck mal an. Jawohl. Vielleicht kämpft er ja... Ah, guck mal an, der kämpft bestimmt für uns. Sehr schön. Und gibt wahrscheinlich auch Belohnung dafür, ne? War doch, glaub ich, so. Jawohl, 1500 Belohnung und eine U-Darm-Fähigkeit. Sehr schön. Der hat auch direkt für uns eine Mission. Möchte ich aber noch nicht machen, denn wir werden erstmal auch die anderen jetzt erstmal ausbauen. Oh, hier wird grad fleißig gefeiert. Yeah. Geil. Mhm. Aha. Ja. Oh. Yo. Aha. Yo, yo. In the house. So. Können wir denen hier seine Hütte... Ihre Hütte ausbauen? Nein, da brauchen die seltene Hirschhaut. Die haben wir natürlich nicht. Hier bei dem lustigen Pissemann vielleicht. Können wir da die Hütte ausbauen? Hühlenbärenfell. Da fehlt uns ein. Also müssen wir Hühlenbärenfell doch noch fangen. Oder jagen. Können wir denn Tensei die Hütte ausbauen? Nicht ins Feuer laufen? Aha. Okay. Also. Uns fehlt dann noch... Äh. Ich schau mal eben auf die Karte. Beziehungsweise ins Menü. Also fehlt uns hier noch Hühlenbärenfell. Das wär das. Dann brauchen wir noch seltenes Löwenfell. Was ist das? Beißfischhaut brauchen wir glaube ich nicht mehr. Haben wir, ne? Äh. Seltene Hirschhaut. Das ist da oben. Ach. Den können wir auch wieder weiter ausbauen. Ach. Den auch. Okay. Dann machen wir das mal eben. Die beiden. Können wir die von hier aus ausbauen? Nein. Ah. Hab ich ganz vergessen. Den anderen Typen können wir ja auch noch eine bessere Hütte geben. So. Ich geh mal ganz geschwind dahin. Bitte, 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 bitte. Bumm. Bitte, 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 bitte. Flexi tanzen, was? Hier war das glaube ich, ne? War das, war das hier mit der Hütte oder? Der hatte doch, der hatte doch hier, ah hier war das, genau hier. Äh, hier. Na. So. Sehr schön. 3.000 XP. Wow, cool. So, können wir denn trotzdem noch den... Ja, können wir noch. Also, okay. Weil dann sind es eigentlich nur noch zwei Hütten, die wir ausbauen müssen. Und dann sind wir damit eigentlich schon durch. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch... Ich glaube, die seltene hier schaut und den Höhlenbärenfell brauchen wir. Voll die fette Party im Dorf, ne? Wird die mal abfeiern? Die feiern wahrscheinlich immer Feiertag. So. Ja, Hütte neu. Ich drin. Ich schlafen drin. Werden können. Ja. Pipi machen. Woanders. So. Damit hätten wir das komplett ausgebaut. Das heißt, uns bleiben noch zwei, ne? Drei sogar. Oh Gott, 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 oh Gott. Warte mal, Beutetasche. Da können wir nochmal eben auffüllen, wenn wir schon einmal hier im Dorf sind. Ähm, wo ist denn hier das tägliche Belohnungslager? War das... Ist das hier? Die haben wir schon ausgebaut, Ditte? Hier ist, glaube ich. Hier ist das, ne? Genau, hier. So. Hallo? Ah, hier. Voll, voll, voll. Da können wir was mitnehmen. Okay, dann nehmen wir auch was mit. Was wir haben, haben wir. Das nehmen wir natürlich mit. Den Südstein nehmen wir natürlich auch wieder mit. Die 50 Stück. So. Südauer nehmen wir auch mit. Weil da brauchen wir ja auch für die Hütte wieder zum Ausbauen. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich nur noch das seltene, ähm, die seltene Hirschhaut und den, ähm, ja, den Höhlenbärenhaut. Das müssen wir, glaube ich, sammeln. Da haben wir voll, voll, voll. Da fehlt uns was. Naja, ich glaube nicht alles. Ich glaube, ein paar Sachen müssen wir wirklich, glaube ich, ähm, farmen. Hier zum Beispiel. Ah, guck an. Siehst du? Das brauchen wir einmal. Also, den seltenen Höhlenbären. Ich schreibe das mal auf. Warte mal. Einmal. So, dann brauchen wir... Was brauchen wir? Nordton brauchen wir zehnmal. Zehnmal. Nordschwarzstein. Habe ich das eigentlich auch geschrieben? Ne, habe ich noch gar nicht. Guck mal an. Nordschwarzstein. Das brauchen wir dann insgesamt dreimal. Dreimal so. Dann haben wir das schon mal. Das sind die drei Sachen, die wir für den brauchen. Für Tensei brauchen wir seltenes Löwenfüll. Das ist... So, habe ich es denn da einmal. Dass ich mir das mal notiere. Und die hier schadet ich mal noch einmal. So, dann kann ich das andere alle durchstreichen. Was wir nicht brauchen. So. So. So, dann ist die Liste nämlich schon wesentlich kleiner. Und, ähm... So. Dann können wir nämlich da mal... Können wir nämlich da mal, ähm... Ähm... Weitermachen. So, warte mal. Ich schaue mal eben auf die Fähigkeitspunkte. Ähm... Was lese ich da gerade im Chat? Was, was, was? YouTube-Pause? YouTube-Pause? Ähm... Möchtet ihr... Wird nach einer Pause gerufen? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Müsste jemand auf die Toilette? Dann solltet ihr gehen. Ihr verpasst jetzt nichts. Also... Das mache ich hier. Du bist nicht mehr auf Tierfett angewiesen. Deine Waffen zu entzünden. Ist natürlich auch ganz geil. Ähm... Allein ist noch weniger Schaden durch Tierangriffe und gegnerische Nahkampftreffer. Boah, das ist mega. Ich glaube, das mache ich mal. So. Haben wir keine Punkte mehr? Egal, aber dann haben wir das schon mal. Und stellt bei manueller Heilung plus ein. Gesundheitsbalken wieder her. Bis zu drei könnten insgesamt wieder hergestellt werden. Cool. Okay. Ähm... Seid ihr... Wollt ihr eine Pause machen? Ihr müsst es mir... Ihr müsst es mir sagen, wenn ihr eine Pause machen möchtet. Dann machen wir natürlich eine Pause. Ähm... Party hard! So. Ja, heißt für uns, ähm... Dass wir... Oder machen wir jetzt erstmal Mission? Wisst ihr was? Wir machen Mission. Wenn wir eine Mission machen, sind wir eh on Tour. Ich möchte mich aber eben kurz aufs Ohr hauen. Ich glaube, ich liege mich mal eben kurz aufs Ohr. Und dann, ähm... Tor für real fünf... Tor für real. 15 Minuten, was? Okay. Ähm... Hauen wir uns aufs Ohr. Ja, machen wir... Machen wir uns aufs Ohr. Bis zum Morgen. Der Morgen schlafen wir mal ein Ründchen. Ich habe die Liste vor mir liegen, wie die ganzen Tiere, die wir brauchen. Und dann schauen wir mal. So. Äh... 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 Guten Morgen zusammen und jawoll. Da sind wir wieder. Nicht ins Feuer laufen. Belohnungslager. Können wir mal gucken. Tägliche Belohnungen sind wieder da. On Tour. Und top. Kann ich denn... Hier wieder was einsammeln. Was wir vielleicht brauchen. Was vielleicht... Gekommen ist. Ich glaube nicht. Nein. Okay. Das, äh... Ja gut. Hier können wir Grünblatt und so mitnehmen. Aber... Wir brauchen uns eigentlich... Eigentlich die ganzen Blätter sind meiner Meinung nach... Für mich. Ich habe so gut wie kaum was benutzt gehabt. Von den ganzen... Ja gut. Außer einmal, glaube ich. Wie wir da... Ähm... Wie wir da durch dieses Gas... Dingen da rennen mussten. Aber ansonsten... Boah, es ist ein schöner Tag. Achso, hatte ich ja erwähnt. Mir fiel so ein bisschen so ein Wettersystem hier in dem Spiel. Denn bisher gibt es leider kein Regen. Es hat nicht noch... Noch nicht einmal geregnet. Das hätte echt... Und ich weiß gar nicht. Hat es in der Steinzeit nie geregnet? Es muss doch geregnet haben in der Steinzeit. Oder irre ich mich da? Also eigentlich muss es doch geschüttet haben, oder? Es gab doch da auch schon Gewitter, Donner, Hagel, Steinschlag. Keine Ahnung. Oder? Oder irre ich mich da? Oder bin ich da falsch im Bilde? Also müsste es doch theoretischerweise gegeben haben, oder? Also wie gesagt... Hier im Spiel passiert leider nichts davon. Nichts dergleichen. Weder Hagel, Steinschlag, Blitz, Donner, Schnee. Ja gut, Schnee gibt es oben in den Bergen. Aber ansonsten... So, dann gehen wir mal gucken, was er für uns hat. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Alter, ist der durch? Ist der durch? Höh, nein. Höh, nein. Aua. Aua, aua. Alter, was? Aua. Aua. Du hast doch oben was. Ich hab meinen Namen genannt. Sasa. Aua. 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 Wir müssen den Knochenstaub organisieren. Oh, tralalii, tralaloo, tralalalalala. Da wären wir schon. So, wo ist der, wo ist der, wo ist der, warte mal, ich wechsle mal eben hier. Yeah. Ist das geil, wenn man kein, kein, kein Tierfett und kein Tierhaut mehr braucht? Ist so geil. Oder Tierhaut schon, ne? Tierhaut schon, aber kein Tierfett mehr zum Anzünden. Das ist geil. Brauch ich jetzt nicht mehr, oder? Feuer löschen, warte mal. Hat er trotzdem benutzt, Tierfett? Hä? Ich verstehe es nicht. Egal. Da ist der Riechpunkt übrigens. Was ist denn da unten los? Oh, wie geil. Das ist voll mega. Oh, wie cool das einfach hier ist. Und den Tieren und so. Mann, lasst doch das arme Mammut in Ruhe. Hat euch nichts getan. Die wollen doch auch nur leben. Boah, ist voll schön hier. So, dann gehen wir mal nach oben. Und wie gesagt, unterwegs. Schauen wir mal, was wir farmen können. Gehen wir mal kurz in den Röntgenblick. Go, go, Gadgetto, Röntgenblick. Da ist doch schon mal wieder was. So. Ach ja, mein Gott. Ja, wenn wir schon einmal hier unterwegs sind. Worüber sollen wir denn... Was ist das denn? Ist das ein Grafik? Ah ne, ich wollte schon sagen Grafikfehler. Ähm... Worüber sollen wir denn mal quatschen? Auch so im Chat. Ich mein, ja, E3 steht vor der Tür. Ihr wisst es selber. Ich bin sehr gespannt. Ähm... Was uns dort erwartet. Vor allen Dingen, was für Überraschungen auch mal wieder. Weil die E3 ist ja immer wieder dazu bekannt, dass es immer wieder zwischendurch sehr, sehr schöne Überraschungen gibt. Ich lasse mich echt überraschen, was Rockstar aus dem Hut zaubert. Viele Spekulationen gehen ja in Richtung, ähm... Ja, Red Dead Redemption 2. Ich lasse mich da sehr überraschen. Aber wir schauen einfach mal. Und auch wie das Ubisoft Lineup und so aussieht. So... Gibt's hier nichts zum... Farmen? Na gut, ich glaub hier oben im Schneegebiet ist ein schlechter Punkt zum Farmen. Oh, ein Großelch. Alter, bleib stehen! Bleib stehen! Ich mach dich alle! Vielleicht ist es der, den wir brauchen. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall erstmal abkrabbeln. Warte. Da ist mir jetzt die Mission auch egal. Nein! Okay, wir sind auf der Jagd. Nach Harrison Ford. Oh Gott! Okay, es ist die James Bond Melodie, ich weiß, aber... Na, geh aus dem Bild. Okay, es brennt. Der Elch brennt. Der Elch oder Hirsch brennt. Das ist ein Elch, ne? Und das ist ein Hirsch? Ich weiß gar nicht. Uh, warte mal. Warte mal, da hab ich was gesehen. Jetzt brennt er nicht mehr. Egal, wir sind immer noch auf der Jagd. Na! Oh, ich hab den Jagdfass angezündet. Alter! Ich hab den Exitanen-Elch. Lass das sein. Lass... Lass es sein, hab ich dir gesagt. Lass es sein. Gott sei Dank. Oh, Rot-Elch. Jawohl. Mein Elch. Seltenes Rot-Elch... Oh, seltene Rot-Elch-Haut. Warte mal, da schau ich doch mal eben schnell. Ne, seltene Hirschhaut brauchen wir. Verdammt. Toll, hab ich dich umsonst umgebracht. Nein! Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Entschuldigung. Entschuldigung, du hast da was im Auge. So. Ähm... Warte mal. Ich weiß, alle Tierschützer werden mich hassen. Ich weiß. Aber es ist doch nur ein Spiel. Ich kann doch nichts dafür. So, da haben wir noch einen Stein, den wir noch mitnehmen können. Wenn wir schon einmal hier sind. Schwarz. Nordschwarzstein. Da oben ist ein Bär. Das ist ein Jax. Ich halte mich da mal raus. Besser ist das. Und da unten haben wir auch nochmal was zum Sammeln. Was ist das Schönes? Ah, Gegenstand bereit. Natürlich. Tasche für Gegenstand bereits voll. War ja klar. Knochenstaub. Markiere den U-Damm-Heiler, der den Knochenstopp für da herstellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich bleib mal ein bisschen oben, da ich nicht genau weiß was uns jetzt auf uns was jetzt auf uns wartet Was ist das denn? Steinmutterlager Na, wo gehst du heute hin? Ah, ich geh zu meiner Steinmutter Die hat ein Lager aufgeschlagen Das ist ein komisches Geräusch Was sind das für komische Geräusche? Okay, warte mal eben Schau uns mal ein bisschen um Wie sie sehen, sehen sie nichts und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen Da sitzt auch jemand Da hinten sind wir Da ist ein Greifhaken Mal so ein bisschen die Übersicht hier gewinnen Spannung pur Okay Ich soll ihn ja markieren aber ich weiß nicht wo er ist Ob wir ihn schon markiert haben, weiß ich gar nicht Kann ich gar nicht sagen Da unten ist auf jeden Fall eine Höhle Der ist wahrscheinlich da drinnen Da kommen wir auch überall rauf Den machen wir mal weg Der schläft nur am Lagerfeuer Sing das Lagerfeuer Lied Und wir fassen uns aufs Glied Was? Was ist das für ein komisches Geräusch? Hallo, spiel ich hier ein Horrorspiel? Warte, ich mach mal eben den Den Wegpunkt mal eben weg Nein, nicht runterfallen Nein Scheiße Oder ist das im Lied drin? Ich glaube, das ist in dem Song drin Glaube ich Okay, den hatten wir erledigt Mit der Eule Ach, guck mal da unten Aber das sind, glaube ich, Zivilisten Ah, da ist er Udam Heiler Was, was? Verfolge den Udam Heiler Ach, wir müssen verfolgen Ach, du Scheiße Wir müssen wahrscheinlich da rüber irgendwie Oh Gott, oh Gott, oh Gott 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Tyrannimo! Wie soll ich denn da rüberkommen, da hinten? Ich glaube, das war der falsche Weg Hier, Uncharted-mäßig Boah, jetzt Aua, 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 aua Find den Knochenstaub und nimm ihn mit So So war das früher halt mit dem Jagen Ja, das stimmt Okay, wir müssen auf jeden Fall den Knochenstaub wahrscheinlich ihm entnehmen Der da hinten ist da, der oben ist auch weg Das heißt, er ist alleine Nein, ich pfeil anzünden Habe ich einen Knochenstaub jetzt? Ah, hier Sehr schön Ich lösche mal eben das Feuer Dann kommen wir aus dem U-Damm-Lager Das ist, ich denke mal, das kriegen wir hin Das ist jetzt nicht allzu schwer Okay, die Mission war relativ easy Vielleicht bleiben wir unentdeckt Das wäre super Ihn krabbeln wir nochmal eben ab Rennen durchs Feuer, natürlich Und entkommen ganz entspannt aus dem Lager Ohne, dass uns jemand sieht Yeah Yeah Yeah, da müssen wir erstmal Jawoll Knochenstaub abgeschlossen So, das müssen wir natürlich unseren Freund jetzt erstmal wieder bringen Ja, aber ich möchte mal eben hier so ein bisschen Nordseeder nochmal eben mitnehmen Wenn wir schon hier sind So, dann schaue ich mal auf die Karte Auf die Karte So, dann können wir nämlich zurückreisen Und das mal eben abgeben Dann haben wir das nämlich auch abgeschlossen Und dann würde ich sagen Dann machen wir gleich mal eine Loot-Tour Dann müssen wir mal gucken Dass wir mal hier, wie gesagt Diese seltene Hirschhaut bekommen Das wird wahrscheinlich nachts rumrennen Dieser Hirsch Seltenes Löwenfell Höhlenbeerenfell brauchen wir auch Nordschwarzstein haben wir, glaube ich Jetzt gerade gesammelt Wenn ich mich recht entsinne Und zehnmal Nordton brauchen wir auch noch Habe ich noch hier alles auf der Auf der Markierung stehen Auf den Zettel stehen Auf der Markierung stehen Ich bin so durch Ähm, das haben wir alles voll Voll, 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 voll Ich bin voll Er ist toll Seltene schwarzen Löwenfell Was? Kriegen wir hier auch Aha Aber man kriegt hier auch sogar die seltenen Sachen Warte, was brauchen wir denn Seltene Hirschhaut Kriegen wir die hier auch Seltene Weißhirschhaut Das wird's wahrscheinlich sein, ne? Was vorkommt Weißhirsche finden sich manchmal Unter anderen Hirschen Nutzung Errichte Hütten Ja, ja, ist klar Also brauchen wir die seltene Weiße hier Schaut Unter anderen hier schon Ja, da müssen wir mal gucken Äh, und wir brauchen Was war das? Seltenes Löwenfell Haben wir jetzt, glaube ich, gerade, ne? Seltenes Schwarzlöwenfell Vielleicht ist es ja das schon, was wir brauchen Und Hüllenbeerenfell Okay, Hüllenbeerenfell Da müssen wir mal schauen Ich schaue mal eben auf die Auf die, auf das Dorf Ach, guck mal, ein Sisser Da haben wir schon Seltenes Löwenfell So, seltene Hirschhaut brauchen wir dann noch Und, äh, genau Hüllenbeerenfell und Nordton Ich bin gerade überlegen, wo wir nochmal Nordton finden Das heißt, wir können jetzt wieder eine Hütte ausbauen Den von Temmensei Das können wir mal eben machen Also kriegen wir das durch Missionsabschließen auch In unser Belohnungslager Das ist ja, das ist ja Hallo Das ist ja cool Wie geil So, Temmensei ist da oben Der Schamane Huch Nein, wolle ich Ja, au, 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 au Mann So Hier wird er fleißig gegambelt Fleißig gegambelt im Chat Und falls du du jetzt auf YouTube zusiehst und fragst dich Was ist das denn? Ja, im Chat kann man Thaler sammeln Und für die Thaler bekommt man auch was Aber dazu musst du im Livestream sein So So, meine Freunde Tenseis Hütte verbessert 3000 XP Wunderbar So, wir haben eine neue Mission Sehe ich gerade Schrauben Ja, wie kann man es Ja, wie kann man es Schrauben Ja, wie kann man es Vielen Dank.